Hi Leute, weiter jetzt mit Let's Play Minecraft. Beim letzten Mal haben wir die Reise nach Hause gemacht, von einem Waldanwesen aus, wo wir dieses schöne Totem der Unsterblichkeit haben. Ha, sehr schön. Minecraft Totem. Okay, ist wohl in nächster Zeit als einziges Totem geplant. So, wir haben auch einen Dschungelbaum gefunden, haben uns eine Kakaoplantage gebaut, sehr schön. Und leider ist uns das Dschungelholz-Sentenkapel gegangen und ich habe nachgelesen. Ich habe nachgelesen, tatsächlich sind Dschungelbäume oder Dschungellaub, ist das einzige Laub, das eine reduzierte Wahrscheinlichkeit für Setzlinge hat, nämlich eine halbierte. Die Wahrscheinlichkeit für einen Setzling liegt allgemein bei 5%. Das heißt, jedes 20. Stück Laub im Schnitt bringt einen Setzling. Aber, bei Dschungellaub ist diese Rate, diese Wahrscheinlichkeit halbiert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Dschungellaub ein Dschungelbaum-Setzling, äh, oder Tropenbaum-Setzling, keine Ahnung, Dschungelbaum-Setzling fallen lässt, beträgt nur 2,5%. Das heißt, jeder 40. Stück Block Laub lässt einen Setzling fallen, im Schnitt. Und, da wir immer nur kleine Bäume gemacht haben, haben wir da leider ein bisschen Pech gehabt. So. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch jetzt aussieht, aber ich würde jetzt gerne wieder in... Also, das hier ist jetzt unsere Reiserüstung, die wir hier so tragen. Ich würde gerne wieder unser normal an... Ja gut, das Brustharnisch kann bleiben. Aber ich würde gerne die, ähm... Ne. Nein. So. Ich würde gerne unsere, ähm... Eisenrüstung wieder tragen, denn da sind eindeutig die besseren Verzauberungen drauf. Pass auf den Helm. Was wäre da aber für einer drauf? Der Helm ist tatsächlich eindeutig besser. Aber ich möchte den Eisenhelm, äh, verbrauchen. Denn Diamanten sind wertvoll und wir haben noch nicht viele davon. So. Was machen wir heute? Ähm, ich hab's eigentlich schon gesagt, wir machen heute... Wir gehen heute auf Lama-Suche. Doch, bevor wir auf Lama-Suche gehen, bauen wir uns einen Zaun. Ne, einen Stall dafür. Für die Lamas. Hm, Zauntor habe ich nicht mehr. Und ich habe aber noch ein bisschen Holz. Gut. Ja, ne, ähm... Fackeln habe ich zwar dabei, aber das schwarze Wollblöcke lasse ich erstmal, die hole ich dann spät. Oder soll ich die gleich mitnehmen? Nein, 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 nein. Wisst ihr was? Ich nehme Erde und Kies, nehme ich mit. Und, ja, okay, ich nehme sie doch gleich mit. Da, ich habe noch schwarze Wolle. Die nehme ich gleich mit. Und dann brauche ich Erde und Kies. Gieß, müsst ihr da drin? Nein, nein. Irgendwo hier war Kies. Halt, da war er gerade. War Kies, hier, zack, das nehme ich mit. Und Erde. Wo war Erde? Wo ist unsere... Da ist unsere aktuelle Erde. Tore, dann nehme ich mal drei mit. Kisteik haben wir auch. Passt. So, dann... Mach ich mir gleich mal... Oh, Mann, Mann, das... War das nicht so? Nein, halt, das ist die Leiter. Ähm... So war das, oder? Mit... Mit Holz drin. Genau, das waren Türen. Ich brauche definitiv zwei Türen. Und das andere war, glaube ich, so. Genau. Nehmen wir mal alles mit. Haben wir 58 Eichenholzzäune. Das könnte reichen. Äh, zwei Eichenholzzäunte mache ich mir nur, denn ich weiß noch nicht, wo ich baue. Je nachdem, wo wir bauen, kann es sein, dass zwei Tore bereits da sind. Dann brauchen wir natürlich auch nur zwei. So. Da ist irgendwo eine Spille und ein Skelett. Juhu. Gut, da ist die Spille. Die war auch schön versteckt. Fast Level 30, dann könnten wir wieder verzaubern. So, da ist unsere Kakao-Plantage. Die habe ich da so schön drüber gemacht. Da war ja auch alles fertig, glaube ich, oder? Bis vorne. Genau. So. Also hier würde ich gerne die Schafe lassen. Ich würde, die Lamas würde ich gerne tatsächlich irgendwo hier hin machen. Entweder hier dran noch. Hier wird tatsächlich ein guter Platz, weil hier noch nicht so Wasser ist. Hier würden wir ins Wasser reinkommen. Oder aber hier. Oder aber hier. Hm. Ich würde sagen, wir machen es tatsächlich hier hin. Wir machen es hier hin. Dann muss dieser Akazienbaum da weichen, auch wenn er schön aussieht. Und dann... Oder wir machen es hier hin. Dann könnten wir hier einen zweiten Eingang machen. Ach, das ist ein Hase. Nein, nein, wir machen den da vorne hin. Wir haben hier... Dann links haben wir auch erst mal auf vier erweitern und dann angefangen, den zu machen. Also wir machen hier hin. Dann machen wir jetzt erst mal den Zaun. Und dann zählen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Sehr schön. Das gleiche hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Richtig. Sehr schön. So, dann kommen die Tore rein. Hier haben wir das... Mann, das mit dem Gras ist echt blöd. Das da. Das kommt schon mal weg. So, und da haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also genau da, wo der Baum ist, ist der Eingang. Äh, tja, Baum, du hast Pech gehabt. Ich hab tatsächlich überlegt, ob ich dich nicht vielleicht am Rand stehen lasse, aber... Mh, du musst definitiv weg. Okay. So, der despaunt jetzt schön. Da kann tatsächlich auch schon ein Tor hin. Oh, Akazien. Äh, wobei, macht das da... Äh, ne, die können da hin. Da nicht, weil da ist nichts drunter. Das ist echt blöd. Naja. Dann... Äh, füllen wir erstmal die Erde auf. Ich würde sagen, die wird jetzt erstmal hier aufgefüllt, am Rand. Ähm, vielleicht auch... Erstmal hier an dem Punkt. So. Oh. Gelbe Blume. Hier kommt auch weg. So. Aber ich hab vergessen, einen hinzumachen. Na toll. So. Gut. Gut, dann kommt hier jetzt überall... Das sind... Der kommt wieder weg. Sehr schön. Okay, das war der erste Erd... Äh... Erdstapel. So. Oh, da ist noch einer. Und das Holz. Das erste. Und das zweite entscheidet auch gerade. So, das passt. Hier haben wir auch noch Rand. Sehr schön. Gut. Sehr schön. Dann hier. Nein, du nicht. Jetzt hab ich da Gras kaputt gemacht, aber egal. So. Da haben wir ein Gras, vielleicht... Ein Effekt. So, das war der zweite Stack. Und ich glaube, der hier, der wird dann bleiben. So, dann ist es doch noch dieses bisschen hier. Ja. Lieb. Es wird sogar noch ein bisschen mehr. Oh. Interessant. Sehr interessant. Ich hab hier damals anscheinend einfach mal sowas, äh, ein, ein, ein Unterwassersteich zugemacht. Sehr interessant. Unglaublich interessant. So, dann komm ich hier wieder hoch. So. Äh, nee, mach mal. So. Da kommt jetzt überall Kies rein. Okay, da hab ich hier auch was vergessen. Egal. Das heißt, es kommt doch noch ein bisschen Erde weg. Das heißt, es kommt doch noch ein bisschen Erde weg. Aber da kriegen wir wieder ein bisschen. So, sehr schön. Dann haben wir das auch. Dann kann jetzt noch das letzte Tor hier rein. Ähm. So, wir brauchen doch noch ein Tor. Aber jetzt wird erstmal die Erde hier noch weggemacht. So, dann hier brauchen wir noch Erde. So, das passt ja schön. Dann brauchen wir da noch Erde. Und hier. Da brauchen wir jetzt leider auch Erde. Und dann hab ich fast keine mehr. So. Das passt. Und dann. Ach ja, na. Ich wollte immer, dass mindestens eins drumherum frei ist. Genau. Machen wir das erstmal so. Okay. Und dann kommt das hier so drüber. Okay. Und dann hier noch. Und ich glaube, wir kommen jetzt dann ins Wasser rein. Und das, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Es, äh, gefällt mir nicht wirklich. Aber egal. Das muss dann leider sein. Das erste Mal, dass wir ein bisschen Wasser, ähm, umbauen. So, dann haben wir noch Eichenholz. So, wie hoch waren die? Zwei. Okay, das kriegen wir hin. So, das waren zwei. Das waren zwei. Gut, und hier haben wir zwei frei. Und dann zwei so noch. Zwei, eins. Also zwei, zwei, eins. Okay. Das heißt, hier zwei. Hier zwei. Und dann müsste da nochmal eins sein. So, hier zwei. Da zwei. Genau, da kommt nochmal einer hoch. Dann hier zwei. Zwei. Genau. Das gleiche. Und hier auch. Und jetzt gehen wir gleich die Zäune aus. Das heißt, wir haben davon auch zu wenig, leider. Ja, wir haben zu wenig Zäune auch. Gut, aber wir können ja schon mal, ich habe keine Erde mehr dabei, da nehme ich halt Kies. Wir können da schon mal die schwarze Wolle dran machen. So. Äh, und hier auch. So, haben wir das jetzt schön gemacht. Enten ist ein Zombie. So, wir haben, wir haben nicht mal genügend Fackeln. Gibt's doch nicht, oder? Nein. So. Ah, der Zäune braucht ihr noch. So, also brauchen wir Zäune. Wir brauchen, ähm, noch ein Tor. Und das war's eigentlich. Zäune und Tor. Erde. Ach, und Erde. Genau. Zäune, ein Tor und Erde. Äh, Zäune und das Tor können wir eigentlich hier schnell machen. Machen wir das doch mal. So, also wir brauchen noch ein Tor. Genau. Das kommt gleich mal dahin. Äh, und dann brauchen wir noch ein paar Zäune. Ich kann auch genau drei machen. Das ist definitiv zu wenig. So, machen wir das mal so. Zwölf. Ja, ich weiß nicht. So ist es besser. So ist es der Zeug. Zombies? Da ist ein Zombie. Dachte ich's mir doch. Danke. So, jetzt wird erstmal das Tor hingesetzt. Denn dann ist das hier tatsächlich komplett abgegrenzt. Ähm, so. So, dann kommen hier die, äh, die Zäune nochmal rauf. So, jetzt brauchen wir noch eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also ich hab doch zu viele gemacht. Egal. So. Hier, und da. Sehr schön. Okay. Ich hab's verkackt. He, 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 he. So, dann hier. Zack. Hoch. Dann wieder Zäune. Dann wieder schwarze Wolle. Und dann Licht. War toll. Jetzt bin ich zuerst zu wenig, dann zu viel. He, he, he. So. Aber jetzt, das letzte Stück. 13 haben wir noch übrig. Und wir werden definitiv irgendwann mal einen weiteren Stall bauen. Und dann haben wir schon mal 13 Stück fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist Erde. Erde ist das einzige, was wir jetzt noch brauchen. Dann werde ich wieder drei Stapel mitnehmen. Und dann können wir auf Flammensuche gehen. Finde ich sehr schön. Gefällt mir. Ach, das ist eine Kuh. Der weiße Fleck hat ausgesehen wie der Schädel eines Totenkops. Ja, ja, eines Skeletts mein ich. Dann ist immer noch dieses Skelettpferd. Also, die Sachen, die wir jetzt dabei haben, die können wir schon mal wegräumen. Das heißt, das da kann weg. Dann habe ich Holz, das weg kann. Zack. Zack. Genau. Blumen, die waren, glaube ich, noch hier drin. Ja. Feuerstein war hier. Setzlinge sind hier. Dann habe ich noch Spinnfäden. Die sind, glaube ich, da. Ja. Und Kies. Ach, der Kies kann noch weg. Dann noch drei Pfeilen. Äh, zwei von den drei Pfeilen können weg. Und jetzt brauche ich noch Erde. So, eins. Die Tür ist leer. Wo ist eine andere angefangene Erdentür? Damit müsste eigentlich alles noch belegt sein von früher. Da ist sogar ein Stein drin. Heftig. Okay. Ich habe die Kiste geöffnet. Da gab es, äh, die hatte einen kleinen Leck. Da ist die Original Erde drin. Und während diesem Leck konnte ich, äh, mein Inventar öffnen. Habt ihr es gesehen? So, ich gehe jetzt einfach mal kurz alle Ton nach, äh, durch. Um zu sehen, ob wir irgendwo noch woanders Erde haben, außer in der Mitte oder die originale Erdentürhe. Das ist eine Tanktue. Und es sieht so aus, als hätten wir tatsächlich nicht mehr viel Erde. Was ist denn da drin? Achso, das ist das Zeug, was ursprünglich da mal drin war. Das müssten wir auch mal umräumen. Das hatte ich vergessen. So, ähm. Da geht's weiter. Ähm, zwei nehme ich mir noch. Gut, da ist es auch schon wieder Tag. Sehr schön. So. Hm. Dann. Hm. Genau. So, machen wir das da vorne mit der Erde weiter. Dann, ich weiß es ja noch. Dann, wenn ich sie versichere. Dann, es哇. Das ist jetzt mal da unten anfassen. accord.